Bald ist ja wieder Halloween und das heißt für mich, mit coolen Sprüchen von Tür zu Tür ziehen und jede Menge Süßigkeiten abgreifen. Aufgepasst! Gib mir Gummibärchen, denn sonst erzähle ich dir ein Märchen. Was soll das denn? Lass uns mal. Gib uns was zu schlecken, sonst werden wir dich necken. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Schickt mir eure gereimten Halloween-Sprüche. Schreibt an Super RTL, Stichwort Halloween in 50655 Köln. Oder klickt auf www.togo.de Deine Welt von Super RTL. Ich suche den Geistermeister. Schickt mir eure Sprüche für Hello Togo, Hello Wien. Werbung. Actionman Combat Climber. Mit seiner tollen Kletterausrüstung und seinen mega starken Saugnäpfen ist ihm kein Hindernis zu hoch. Für unschlagbare 7,77 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Kleine Planeten. Jetzt endlich auf DVD und Video. Erlebt Bing und Bong auf großer Entdeckungsreise. Die schönsten Geschichten zusammengefasst zu einem tollen Special. Und vier weitere Folgen auf DVD und Video. Kleine Planeten. Jetzt im Handel. Für große und kleine Leute von 3 bis 99 Jahren ist Super Mag einfach unwiderstehlich. Super Mag. Die Welt kann nicht mehr darauf verzichten. Du willst Spannung? Dann wirst du jetzt beim Wort genommen. Mit dem rasanten Hangman-Spiel. Das Wortduell der Giganten. Entschlüsselt das geheime Wort deines Gegners. Du hast nur elf Versuche. Die Zeit läuft. Gegen dich. Sonst hängt Hangman am Galgen. Hangman. Das atemberaubende Wortduell. PlaySchool präsentiert die Kullerrutsche. Guck mal, wie das kullert. Fang die bunten Kullerbälle. Genau steck sie in die Rutsche und lass sie hüpfen und fliegen. Hurra! Du hast es geschafft. Die RTV-Kullerrutsche von PlaySchool. Lern ist ein Kinderspiel. Spaß am Abend, wenn's dunkel ist. Oh, schöne Träume. Oh, schöne Träume. Tanz der Sterne und Schmetterlinge. Oh, schöne Träume. Für Barbie und Shelly leuchten Sterne und Schmetterlinge. John. Och, ist der süß. Und endlich ist die Single da. Right here next to you. Die Single. Jetzt. Nur für dich. Kennt ihr den Zahnarzt, den alle lieben? Na klar! Play-Doh-Doktor Wackelzahn. Da kannst du bohren, füllen und sogar Zähne ziehen. Und jetzt neu Play-Doh-Doktor-Bibber-Kneet-Set. Für alle, die selber Doktor sein wollen. So, jetzt ist er wieder gesund. Play-Doh-Doktor Wackelzahn. Und jetzt neu Dr. Bibber. Die Ärzte, die alle lieben. Werbung Ende. Startschuss frei für die Super-Toy-Club-Rallye. Bist du bereit für das Duell des Jahres? Jeder kann mitmachen. Mädchen gegen Jungs. Dein Einsatz ist gefragt. Unterstütz deinen Jungen oder dein Mädchenteam. Sammel Punkte bei den Super-Toy-Club-Spielen auf www.togo.de oder auf den Rubbelkarten bei Toys R Us. Gewinn die Teilnahme an einem Super-Toy-Race bei Toys R Us sowie eine von 200 Spiele-Paketen mit Crystallica und Meteorido, den Originalspielen aus dem Super-Toy-Club oder eins von 600 Pictorion. Mehr Infos auf www.togo.de Super-Toy-Club, Samstag, 19.20. Deine Welt von Super-RTL. Hallo Leute, bin wieder da. Bravo, bravo. Mit neuen abenteuerlichen Abenteuern. Leider ist auch die fiese Nanette Manoir wieder mit dabei. Ne. Findet ihr manche Sachen auch voll fies? Ich finde, dass die Pause viel zu kurz ist. Das ist das Allerletzte. Ich finde Machos und Typen, die über den Schulhof laufen und andere beschimpfen total fies. Ganz deiner Meinung. Fiese fies halten finde ich nämlich auch voll fies. Wenn ihr etwas voll fies findet, dann klickt auf www.togo.de. Zu gewinnen gibt's eins von zehn Angela-Paketen von Happy Toys. Yeah! Drei Folgen Angela Anaconda am 5. Oktober. Deine Welt von Super-RTL. Und ab 6. Oktober die Serie. Drei Folgen Angela Anaconda am 5. Oktober die Serie. Drei Folgen Angela Anaconda am 5. Oktober die Serie.